Und wo war ich denn stehen geblieben? Ich habe ganz viele Nägel im Inventar, Schrott, Holz, Blätter, bisschen Plaste und Seile. Stimmt ich weiß was ich machen wollte. Ich brauche Metall. Dafür brauche ich erst mal Erz. Du Arsch! Boah ich muss ganz kurz. Steuerung, Mausempfindlichkeit. Jetzt sind sie wahrscheinlich für dich zu niedrig oder? Genau. Ich musste mich aber auch erst mal wieder umgewöhnen. Dann hol mir halt Eisen, wenn du welches willst. Na hier gibt es nichts mehr. Hier haben wir ja schon geplündert. Wenn du also alles hast. Ich brauche allgemein auch wieder einen neuen Haken hier zum Fischen. Und oh Gott. Ich habe immer noch keine Axt. Warte mal, Bolzen haben wir doch hier drinnen. Ich habe eine Axt. Allein du hast immer noch keine Axt. Meine ist schon fast wieder kaputt. Ich habe mir jetzt erst mal eine Axt gemacht. Und gleich noch so einen neuen Haken. Blöde Frage, aber wofür brauchst du eigentlich die Axt? Weil das hier abholzen tue ich meistens. Bäume auf Inseln und so weiter. Und ja. Ach stimmt, da sind ja auch welche. Und falls der Hai uns mal wieder hier was wegknappert. Da bringt ja keine Axt für was. Doch, für mich schon. Außerdem, auch wenn ich mich verbaue, kann ich die benutzen. Ich mach schneller, ich verdurste. Oh, jetzt geht auch mal hier um die Haken. Bitte was? Ich brauche Holz. Boah, ein Wachs schneller. Ich das wollte auch bauen. Hi. Ja, ich bin oben. Die Logik verstehe ich immer noch nicht. Was hat er denn jetzt gemacht? Kaputt gemacht. Aber warum nicht die... Ich kannte die... Ne, da war noch kein Metall dran. Aber an der Ecke ist ja auch kein Metall. Ey, ernsthaft jetzt in der Aufnahme ruft meine Ex an. Das ist so typisch eigentlich. Ja gut. Ja. Ich kann grad nicht. Ich bin in der Aufnahme. Ich rufe gleich zurück. Schau uns ganz ehrlich, so viel ist jetzt nicht wirklich passiert dann halt. Unterbrich halt nochmal. Ne. Hörst du auf, das macht deine Axt kaputt. Das weißt du auch nicht. Ne. 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 Du beschwerst halt dich die ganze Zeit das... Egal. Ne. 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 Superlogik, dass die durchs Dach fliegen kann. Ne. 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 muss ich all deine abgeholzten bäume nach pflanzen und die ja auch alle wieder gießen das ist gelogen und da kann man trotzdem wasser nach kippen ich sortiere erst ein und dann mache ich außerdem dabei ja noch einmal was und ich kann immer ich kann immer erst wasser nachkippen wenn das komplett leer ist komischerweise du kannst nachkippen wenn dort auch eine tasse süßwasser aber ich habe schon probiert vom also nicht bei mir nicht weil ich die ganze starbe schon zwei folgen lang durchgehend probiert bei mir funktioniert das immer erst nach vier männer jetzt machst du wieder erst mal den anker weg dass wir hier wegkommen jawohl Kapitän doch mal Zeit dass du mich anerkennst ja ich will dich immer hier noch runter stoßen sieht es aus auch ein stück noch passt und müssen wir einfach einschalten dann wird irgendwann mal angezeigt müssen halt nur aufpassen dass die batterie nicht leer wird ja ich mache ich schaue immer mal wieder macht dann halt gleich wieder aus ich brauche Holz brauche Metall ich brauche alles also kurz gesagt wir brauchen eine Insel ja was ist das Lager Biokraftstoff achso geschieht dir recht scheiß möbel ich kann dir Fehlern schenken ich bin einfach wieder angeln muss für euch ja wieder ein Köder herstellen warum allein euch das frage ich auch gerade bin ich einfach nur so gewohnt bist du hast die Federn so reingeschmissen dass die hinten sich im Netz verfangen Entschuldigung ich wusste echt nicht dass das geht Tschüss Insel Ich würde eher lieber sagen Hallo Insel und nicht Tschüss Insel Das kann man sich ja leider nicht aussuchen Das doch Wow das war's Mehr konnte ich nicht bauen Ich habe die Bäume ja schon wieder nachgepflanzt die brauchen nur ein bisschen ewig lange Die brauchen mir eindeutig zu lange Jetzt muss ich mal gucken hier kommt dann das schräge Teilmann genau Das ist noch knapp Alex Boah mit so einem Haken auswerfen kannst du natürlich auch nicht auf den Speer switchen ey geil Das war schon immer so Ist das besser bis das wieder am Start Ja Ja In dem Punkt habe ich auch recht Ich zeige dir mal noch nichts neues an und Ich kann hier Wasser nachfüllen, ganz in Ruhe, wenn da noch was drin ist. Ja, lass mal einen übrig, dann probiere ich gleich. Ich habe hin und schon komplett vollgemacht. Ich mache keine halben Sachen. Bist du halt der Wasserbeauftragte? Nee, vergiss es. Ich renne da nie jedes Mal hin zum Gucken. Nicht zum Gucken, wenn du brauchst, gehst du halt wieder was rein. Ich bin da nicht der Einzige, also... Ich hatte hier auf dem Boot eigentlich mal zwei Frauen, die das immer gemacht haben. Ja, und die eine... Haben wir gelincht. So, hier eine Kartoffel, hier irgendwas Rotes. Wieso habe ich jetzt Fleisch im Inventar, will ich nicht. Ach du Heilige. In tausend irgendwas Metern ist der nächste. Ja... Aber sowieso nicht auf unserer Bahn, dafür müssten wir ordentlich schräg sägeln. Sagt die Frage, ob wir da hinwollen. Ja, wir müssten wissen, was es ist und ob es sich lohnt. Da ist ein Punkt. Ja, der wärmer da hin machen. Kannst du dir ja selbst mal anschauen. Ja, Moment... Ja... 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 Okay... 800 Meter noch. Das dauert also noch. Mhm... Hi! Ja, ich... Irgendwo... Ja, ich bin schon... Irgendwo an der Seite bestimmt... Für mich ist dort aber Metall drum. Guck mal Alk, bin ich blind oder? Ne, das ist das, was ich gerade aus Versehen kaputt gemacht hatte mit der Axt, obwohl ich auf dem Dach stand und auf die Wand gezielt habe. Das ist eine Logik, die muss man hier einfach nicht verstehen. Es ist halt das Spiel so. So, jetzt können wir regulär das Ding später nochmal. Hier, wenn das Wasser Ding leer ist. Jaco? Was ist das Ding? Na hier, das Wasseraufbereitungsteil. Kannst du das dann hier an die Seite setzen? Dann bleibt das hier nämlich offen, dass wir da immer Wasser fischen können. Ne, mach ich. Dann musst du halt auf und nachfüllen. Ich habe jetzt nicht nachgefüllt. Ja, ich meine nur. 700 Meter. Wieso kommen hier keine normalen Edeln mehr? Kommt mir das so komisch vor oder waren die immer so weit weg? Eigentlich nicht. Ähm. Das sieht so scheiße aus mit den Pfosten. Aber anders geht es nicht. Das ist shit. Boah, weh. Irgendjener von den Nachbarn fängt hier jetzt an rum zu pochen. Boah, ich dreh durch. Es wird wirklich gepocht gerade im Hintergrund. Ich höre nichts. Ja, in der Aufnahme hört man zum Glück auch nichts. Aber das kann nicht sein zum Sonntag. wo Ruhe herrschen soll. Wo Ruhe herrschen soll. Okay. 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 Ich glaube erst mal am Anfang reichen 22 Glibber oder? Ja. Ja. Das hier kann ich sogar wieder weg machen. Okay, zweite Etage ist fertig. Jetzt brauchen wir definitiv wieder Metall. Ich habe alles eingeschmolzen, also wenn nichts mehr... Was piept hier so? Aha, ich könnte das Ding eingeschaltet, oder? Ja. Ähm. Palim, palim. Zwei. Zwei. Jaaa, ich bin schon dabei. Oh, wieder was weggemacht. Arsch, ey. Insel! Ach du Scheiß, ist die fett. Ich muss die Aufnahme sowieso klar ausmachen. Weil die hier gingen ja keine halben Stunde. Eieiei, ist das schon der Punkt vielleicht? Nee. Aber die ist auch ordentlich groß. Ja, aber das waren vorhin immer noch 500 Meter. Ja, jetzt sind es 300. Hui! 360. Okay, also... Bist du jetzt jetzt, wie groß die ist? Ja. Also ich würde sagen, bis dahin... Ich glaube, wir sollten irgendwie an der Seite ran. Du fängst doch gerade wieder richtig schön an zu lenken, Wacko. 26 ms. Also du hast... Man hört es auch in der Aufnahme, dass du mittendrin wieder übelst geleckt hast. Ja gut, dann beende ich jetzt die Aufnahme hier und starte die, wenn wir mal wieder an der Insel sind. Oh Gott, ich bin gerade hinter dir gespawnt. Ich rede doch eher vom Adler. Nö, hier rum scheint... Irgendwie kein Adler. Das sieht mir eher aus wie so ein Geier. So ein Assfresser, wisst ihr? Ich höre schon, wie da ein Bombardement kommen. Ich habe es auch gerade gesehen da oben. Dann bin ich froh, dass es dann wird, dass das Dach fertig ist. Yep. Alter, da habe ich viele Leaves im Inkepäck. Leck die Luzi an ihren Pöckern. Ich möchte keinen Teile verschließen. Hier rein. Hier fliegt es wieder alles kreuzte quer rum. Das ist nicht schön. Das ist echt schwer, mit dem Bogen zu treffen. Du kriegst das schon hin, Dago. Hä, wieso habe ich schon wieder mit... Ich habe da alles rausgeschmissen. Achso, ich habe noch so etwas Rotes im Gepäck. Das klingt gerade nach dem Bitchwun. Ich könnte hier alles finden. So. So. Hier fliegen aber auch schon wieder so eine Raben rum. Wo ist er denn? Wo ist wer? Guck mal, der hat Angst, der haut ab. Ey. Schau dir das Wildschwein an. Wo bist du denn? Auf dem Dach. Das ist ja mal ein fettes Vieh. Ey. Oh, Steinattacke. Das hab ich auch in der Aufnahme. Wie ich getroffen werde, oder was? Ja, man sieht... Naja, halt nicht, wie er direkt auf deinem Kopf aufkommt, aber man sieht das voll... dass der Stein runterfällt. Man hört diesen Bump. Höh! Oh, oh. Egal. Oh. Mir gefällt die Insel nicht mehr so wirklich. Au. Bringst du den Pfeil bitte mit? Komm mal her, Schweinchen. Oh, scheiße, ich bin fast tot. Ich stelle einfach mal aus Sicherheitsgründen das Bett wieder auf. Äh. Das Schwein ist tot. Hast du es eingesammelt? Das ist bis ins Wasser geflogen. Oh, ne? Ich verrenke, oder bin halt echt fast verrenkt? Äh, ja. Ike genauso gleich. Höh! Aber du müsstest Unerrungenschaft bekommen haben. Ja, hab ich auch. Wir kriegen ja alle dieselben... Oh. Ne. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nice. Ich hab'n Eberkopf. So gut, ne, wer ist wirklich den Wildschwein. Äh, da kommen wir hoch. Hüiii. Ich bin irgendwie dafür, dass ich hier bleibe. Da ist das nächste Wildschwein. Höh, höh, höh. Lass mich... HAAA! HAH! Hochbacken! HAHAA! Ich muss echt diesen Vogel loswerden. Das funktioniert ja nicht. Ähm, da gut. Hier sind noch mehrere Wildschweine. Ja, no, ähm... Die Wildschweine stirn mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Äh, du Heimatland ist die Insel. Aber hier gibt's Bäume zum Abholz. Wie komm ich hier wieder runter? AAH! DU ARSCH! Darko, du musst mich retten. Ich bin down. Nein! Wie denn? Ich hab 0,5 AP. Ungefähr. Dann regge ganz schnell los. Zack, 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 zack. Ah, fuck. Ich bin dabei. Schneller! Am besten außen am Wasser rum. Da findest du mich ganz schnell. Außen am Wasser rum? Ja, links rum. Da, wo ich hochgegangen bin, bin ich dahinter runtergeplumpst ins Wasser. Weil ich einen Stein auf dem Kopf... Du bist im Wasser auch noch. Na ja, am Rand. Ich bin dort beim seichten Gewässer aufgekommen. Weil ich so einen scheiß Stein auf den Kopf gekriegt hab. Oh Gottchen. Das ist eine andere Art Kaliber-Insel, oder? Oh ja. Ich glaub, wir brauchen ordentlich feste Rüstung vor allem dafür. So ein Sturzhelm. Kommt halt darauf an. Was hast du von dem Eber bekommen alles? Drei Leder. Ja gut, also wir brauchen erstmal genug Leder, um den Rüstung machen zu können. Ja. Ich sag's nur, ich weiß, dass das auch nicht gerade leicht ist. Gut, dann muss ich mir jetzt so was anderes hier nehmen. Ähm... Machen wir das mal so hier. Ich hab' auf jeden Fall Bäume zum Abholzen gesehen. Das klingt immer echt so, als wär' das Schwein hier auf dem Boot. Das Problem an sich aber ist, ähm... Wir müssen warten, bis Tag ist. Das ist doch eine Lampe auf dem Dötz. Ja, die geht aber auch irgendwann kaputt. Ach, hier, ich hab' den komischen Pfeil. Boah ey, du... Halt die Klappe. Äh, danke. Da. Für die richtigen Pfeile brauch ich Metall. Deswegen... Ich hab mir erstmal nur die billigen gemacht. Und blöder weiß, brauch ich für die billigen nicht mal mit, äh, Federn. Wow. Äh... Äh... Okay, dafür braucht man auch Metall. Achtung, kommt wieder ein Bomber. Ja, ich steh' unten drunter so... Ich will halt, ähm... Ah, soll ich's wagen? Ich geh' da unten betaufen. Ich versuche nochmal auf die Insel zu kommen. Ich geh' nicht tauchen, schönen Tag noch. Ich hab' ja keinen Köder vergessen. Da war ja was. Da war was, das nennt sich Hai. Oh, 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 da kommt die Schweinepriester. Wortwürdig. Ihr lockt ihn mal wirklich hier zum, äh, Floß, da kann ich die ja super abschießen. Errungenschaft. Ich geh' auch zur Weile. Okay. Ja, ich bin gerade hier, ähm... ...irgendwo safe, wo gerade kein Viehzeug ist. Das ist ja nämlich praktisch, wenn jetzt hier keine Fliegeviecher kommen, weil ich bin auch gerade am Holzfahren. Nee, keine Sorge, das Fliegeviecher bin ich am Arsch. Ey, hier sind zwei oder drei Adler auf der Insel. Och, echt, der Handzhaft jetzt? Ähm, hier ist ne Ziege. Und ne Alpaka. Also hier haben wir offiziell unsere Tierinsel gefunden. Ja, wir werden hier ne Weile bleiben. Ähm, kannst du mal nach diesem Netzwerfer gucken? Ja, mach ich gleich. Ich hab hier Hai, ich hab hier Möwe, ich hab ein Bombardement. Ah! Können mich alle mal gern haben, die Viecher. Bei Ziege müsste eigentlich Milch geben. Schon mit Milch kann ich was neues kochen. Okay, töten. Wieso, das ist doch für dich was Gutes. Hä, die rennt weg. Boing, 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 hi, 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 wie die wegspringen. Wenn das Vieh allerdings so dämlich ist und mir in die Axt rennt, ne, dafür kann ich nix. Ja gut, Eik, ich brauch Metall dafür. Viel Spaß beim Tauchen. Der Hai ist doch bei dir, oder? Yep. Da unten glitzert auf jeden Fall was im Wasser. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, komm ich nicht mehr hoch. Ich sag mir so, wir brauchen echt Schießschaden. Nein, das war so perfekt eigentlich. Okay, hier auf meiner Seite sind keine Erze. Es muss ja aber Erze geben. Ich bin jetzt auf der Rückseite und da geht's einfach nur senkrecht bergab unter Wasser. Da ist nix. Treff den bescheuerten Vogel doch endlich. Aber hier gibt's dann wieder was. Allein wie der durchs Wasser fliegen kann, das ist ja auch schon wieder so. Hey, den treff ich eigentlich immer. Oh, hier ist ne Höhle. Aber da ist nicht viel drinne. Ah, ich hab ihn endlich getroffen, Mann. Langsam hab ich den Dreh raus. Oh, Fug. Wieder getroffen. Ich hab da eine Metallbahn im Angebot. Hab ich grad aus einer Kiste bekommen und ein Gemüsesuppen-Rezept, aber das haben wir ja schon, oder? Gemüsesuppen-Rezept? Ja, eine Kartoffel, ne, vier Kartoffeln, vier rote Beete, gut, weg damit. Moment. Die hatten nämlich mal welche ihr Camp aufgeschlagen. Wieder getroffen. Komm her, beschissener Vogel! Äh, wo ist das hingeflogen? Ja, gut. Wieder getroffen. Wie viel hält der denn aus? Äh, Darko? Ich hab rote Beeren. Ernsthaft? Ja. Ich schmeiß jetzt dafür einmal Mangosamen weg. Warte ich eh bloß einen. Guck mal. Guck mal. Oh, Nico fragt, ob er dazukommen kann. Wow. Muss er jetzt warten. Nicht mitten in der Aufnahme. Ähm, ich hab zwar zwei rote Beeren, aber keine Samen. Hier sind noch mehr rote Beeren. Einfach perfekt, weil dann kann ich dich mit Essen überholfen. Rauchen wir, ähm, Palmsamen. Ja, ich hab nicht mehr so viele. Rauchen wir Wassermelonsamen. Warte mal, Glibber können wir doch herstellen. Hau ich das weg, weil ich hier Samen rausbekomme. Glibber haben wir über 20 Stück. Gut. Vier rote Beeren hab ich schon nochmal. Boah ey, der hat sich jetzt schon vier Pfeile abbekommen. So geht der. Lebt immer noch. Hi. Ich mag die sind echt. Ich komm gleich mal an Bord, dir das Zeug bringen. Was ist das da unten? Da rennt ein Strauß oder sowas rum. Irgend so ein Gackervieh. Gackervieh? Darko, unser Boot ist zu klein. Äh. Willst du hier jetzt ne Arche Noah draus machen oder wie? Warum nicht? Ist keine Muni mehr. Kann es sein, dass dieser Vogel einfach nicht krepiert? Das kann ich dir gerade eben nicht beantworten. Hä? Was hab ich denn jetzt hier aufgesammelt? Wow, Leaves braucht man. Hier haben wir erstmal mehr als genug. Wieso wirst du eigentlich komplett in Ruhe gelassen und ich werde durchbombardiert? Weil ich auf einer ganz anderen Seite bin, aber ich komm jetzt so rüber. So. Denn. Ähm. Oh ne, das überlebt. Oh, scheiße. Achtung. So Darko, hier erstmal kriegst du deine Mangos wieder. Da hast du deine roten Bären. Da hast du das. Hier hast du deine Samen zurück. Äh, ich hab noch Kokosnüsse hier. Die kannst du haben. Hier ist der Metallbahn drin. Ein Bolzen. Soll ich dann so ein Netzwerfer herstellen? Ja, mach. Mach raus. So, das Holz lege ich mal hier rein. Das hab ich gefarmt. Das brauche ich dann zum Bauen. Ich brauche noch nen Bolzen, also noch nen Metallbahn. Wird nix. Scheiße. Hast du auch von diesen rote Bären, äh, von den Bären Samen bekommen? Ne, gar nicht. Ich hör schon wieder ne Müller. Ja, die ist weg. Okay. Muss man, ja ich probiere einfach gleich, ob man die so anpflanzen kann. Ja, versuch das mal. Ich guck, ob ich noch ein paar Büsche finde. Ach du Scheiße. Da kommt schon ein Lord Schweinebacke angerannt. Äh, okay. Hier ist wirklich so ne Art Kuh, ein V, irgend so ein kleines schnelles Rennen. Das ist gar kein Vieh. Und hier ist ne Höhle. Äh, Darko. Beschäftigt. Ich bin in einer Höhle. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich brauch ne Schaufel. Ach du Scheiße, hau ab du Schwein. Äh, hier in der Höhle kannst du Sand farmen. Dafür braucht man ne Schaufel. Ach, jetzt hab ich mit dem Schwein hier zu kämpfen. Das versperrt mir den Eingang. Das ist gar nicht so. Du bist gar nicht so. Ich hab ihn mit dem Schwein hier zu hauen. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Ich hab ihn mit dem Schwein hier zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020